Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute mal zu einem Stricktuch. Ich denke mal, ja, das kann man auch komplett stricken, wenn man nicht so faul ist wie ich. Ich mache nämlich ein Strick- und Häkeltuch daraus. Ja, ich habe keine Lust mehr, es weiter zu stricken. Die Anleitung eigentlich kennt ihr auch schon. Die ist nämlich schon verfügbar hier auf meinem Kanal unter dem Video Hobby. Hobby Hall, also wo ich bei Hobby einkaufen war, da gab es dieses Tuch schon. Genau, ich habe das Tuch Zitroneneistee getauft und ja, das wollen wir heute. Also einige aus meinem Podcast, also meine Podcast-Zuschauerinnen, die regelmäßig gucken kommen, die kennen das Tuch schon, weil ich habe es glaube ich schon ein Jahr auf den Nadeln oder noch nicht ganz, aber so fast ein Jahr. Und ja, ich mache das nämlich aus dem Hobbyknäuel, hier aus dem hier. Das habe ich mir nämlich bei Hobby gekauft und damit habe ich angeschlagen. So sieht es aus. Und das ist so ein getwistetes Garn und das habe ich in Dänemark gekauft, in dem Hobbyladen. Und wie gesagt, wenn ihr das Video noch nicht kennt, ich hoffe, ich denke dran, dann werde ich es mal unten verlinken. Hier seht ihr nochmal alle Eckdaten. Es hat 1000 Meter. Ich habe schon einiges dran verstrickt. Und wir haben die Farb Nr. 34 und die Partie ist die 0420. Und damit habe ich ein Tuch angefangen zu stricken. Ich zeige euch das erstmal. Das fängt hier unten einmal an und zieht sich dann durch. Es kommt ein Musterteil. Ein Muster. Ihr seht, es dauert lange, als es relativ breit wird. Und irgendwann endet dieses Musterteil, wenn man keinen Bock mehr hat. Das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Ich zeige euch den Musterteil und ich glaube, den krausrechten Teil brauche ich euch nicht zeigen, weil den habt ihr ja hier auch. Ja, ihr seht, ich habe immer fünf Reihen gestrickt, also fünf hin und rückreihen, sprich zehn. Entweder ein krausrechts oder ein glattrechts. Habe hier am Anfang aber immer nochmal ein bisschen, damit sich das nicht so einwillt. Und hier habe ich auch nochmal was geändert. Genau. Dadurch entsteht aber so eine Sichelform an Tuch. Und das ist wirklich ganz einfach. Es ist wirklich was für Strickanfänger und ihr müsst nicht viel beachten, nicht viel können, außer rechts und links stricken. Ja, das geht natürlich ab einer gewissen Zeit in einen. Schon auf den Keks. So, wir maschen das nachher ab und dann wird weiter gehäkelt an dem Tuch. Ja, so ist der Plan. Ihr müsst das natürlich nicht so machen. Ihr könnt das auch so stricken, komplett durchstricken, wie ihr das möchtet. Ihr müsst euch nicht nach mir richten. So, ich habe mitgebracht, mir sehr dicke Nadeln. Die sind halt zum Zeigen besser. Ähm, wo steht's? 5,5. Da steht die Stärke. Also, sie haben da eine 5,5. Genau. Und als Garn habe ich mir dieses Knäuel ausgesucht. Ähm, ich weiß nicht. Das war in einem Tauschpaket. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob ich damit komplett das Tuch häkeln möchte. Äh, stricken möchte. Stricken. Oder ob wir, ähm, ob ich das wieder aufmache und ich daraus noch ein anderes Tuch häkle. Das weiß ich nicht. Oder ich fange früher an zu häkeln. Wir gucken mal. Ja? Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich damit und mit der Nadelstärke, ob ich da so zufrieden bin. Aber ich möchte fürs Zeigen, ist es halt günstiger, wenn ich eine größere Nadelstärke habe und zu Nadeln ein bisschen Kontrastgarn habe. So, für alle, die das wissen wollen, was das hier für ein Garn ist. Das ist von Schoppel. Ein Zauberball, Stärke 6. Hat da hinten so einen kleinen Verlauf. Die Farb, also Bestellnummer ist die 1, 2, 8, 9. Die Farbnummer ist die 2, 4, 7, 2. Die Orgerie. Und wir haben eine Partie, das ist die 9, 3, 1, 4, 4, 4. Genau. So, wir haben 400 Meter auf 150 Gramm und für eine Nadelstärke 3 bis 4 Millimeter. Ja, seht ihr? Ja, ja, ja. So, ca. 650 Gramm für einen Pulli. Also 150 sind das hier. Gut, dann habt ihr das mal gesehen. Was wir später auch noch brauchen, ist eine Häkelnadel, weil wir wollen ja ein bisschen häkeln. An dem Tuch. Genau. Das wäre wahrscheinlich so schon groß genug, aber ich möchte noch ein bisschen das Garn noch ein bisschen aufbrauchen. Und ich dachte, so ein Strickeltuch wäre ganz cool. So, ich habe mir hier eine Aufzeichnung gemacht, also beginnen und wie gesagt, das ist so sichelförmig. Ja, das stricken wir jetzt ab. Ich weiß auch, dass ganz viele schon drauf gewartet haben und ich wollte eigentlich das Tuch vorher beenden, bevor ich das mache. Aber so ist vielleicht auch ganz cool. Ja, dass wir das so machen. So, wir schlagen erstmal gemeinsam sechs Maschen an. Ich fange wie beim Häkeln an. Ihr könnt das so anschlagen, wie ihr für euch das am günstigsten ist. Aber ich fange immer so an. Ich weiß auch nicht. Eine, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Sechs Maschen habe ich auf der Nadel. So, jetzt steht hier als zweites stricken wir sechs Maschen ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf und die sechste Masche. Tops, sechs Maschen abgestrickt. Wieder Arbeit wenden. Und jetzt kommt quasi unsere Vorrunde, äh, Vorderseite. Genau, die Vorderseite kommt jetzt ab. Da stricken wir eine Masche rechts. Und hieraus machen wir drei Maschen aus dieser Masche. Also einstechen, Faden holen und noch einmal einstechen, Faden holen und nochmal das Ganze einstechen, Faden holen. So sieht das denn aus und dann kann ich die Masche fallen lassen. Rechts bis zu den letzten beiden Maschen. Und die letzten beiden strecken wir zusammen. Wenden. Ein Nadespiel wäre wahrscheinlich günstiger gewesen. Und ganz normal alles zurecht. Rechts zurückstrecken. Rechts zurückstrecken. Und es müssen sieben Maschen sein. Wir nehmen immer eine Masche zu. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Passt. So. Wieder zur Vorderseite. Ihr könnt euch das markieren, wenn ihr euch das nicht merken könnt. Und dann markiert ihr euch hier einfach mal die Seite und dann wisst ihr, das ist meine Vorderseite. So. Jetzt stricken wir wieder eine rechts. Und machen wieder diese Zunahme. Die nennt sich ja KFBF. Also einstechen, Faden holen. Nochmal hinten einstechen, Faden holen. Und nochmal vorne einstechen, Faden holen. Ich habe jetzt hier vier Maschen auf der Nadel und ziehe das runter. So. Jetzt rechts bis zu den letzten zwei Maschen. Also es bleiben zwei Maschen übrig. Und die beiden stricke ich einfach zusammen. Jetzt haben wir logischerweise acht Maschen. Die wir zurückstricken. Und dieses ganze Verfahren machen wir, bis wir die ersten 15 Maschen auf den Nadeln haben. Wieder die Vorderseite. Eine rechts. Und drei Maschen rausholen. Eins. Zwei. Und drei. Wieder bis zu den letzten beiden Maschen rechts. Und zusammenstrecken. Und zusammenstrecken. Wenden. Und rechts komplett durchstrecken. Arbeit wenden. Und das Ganze wieder. Wie gesagt, das machen wir so lange, bis wir 15 Maschen auf der Nadel haben. Vorderseite. Und die letzten beiden wieder zusammenstrecken. Wenden. Und alles wieder zurück. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ups. Neun. Und zehn. Ich mach mal die anderen fünf jetzt nicht. Wie gesagt, ihr braucht 15 Maschen. Ich bleib, lass das jetzt mal so. Und zeig euch gleich das Muster. Fünfzehn. Ups. Ja, ich kann es leider nicht so gut. Also das war das, was ich euch gerade gezeigt habe. Wie gesagt, bis zum 15 häkeln wir. Und wir enden mit einer rechten Reihe. Also quasi, dass das Vordere vor uns ist. Ja, die Vorderseite. Mit der häkeln wir dann. Genau. Jo, ich denke, das war okay. Wenn ihr denn eure 15 Maschen gemacht habt, dann dürft ihr das Video wieder anschalten. Und dann darf es weitergehen. Mit der ersten Musterseite. Das ist eine Umwelte. Muster Nummer eins. Das ist ja das. Eigentlich war das hier ja das erste Muster. Aber das war so jetzt meine Vorbereitung. Weil das sind ja 15, sind ja schon ein paar mehr Maschen, als wir eigentlich arbeiten. So. Muster Nummer eins ändert sich erstmal nichts. Wir machen die erste Reihe genauso, wie wir das die ganze Zeit gemacht haben. Eine Masche rechts, den rechts, denn unsere Zunahme mit den drei Maschen, rechts bis vor den letzten zwei Maschen. Die letzten beiden zusammenstricken. Und die Arbeit wenden. Jetzt die ersten beiden rechts stricken. Ja, ich komme nicht rein. Rechts. Die ersten beiden Maschen. Dann links bis zu den letzten beiden Maschen. Und die letzten beiden Maschen auch wieder rechts strecken. Arbeit wenden. Und das Ganze wiederholen wir. Wie gesagt, das Ganze, was wir jetzt gehäkelt haben, müssen wir noch viermal arbeiten. Insgesamt fünfmal haben wir diese Hinreihe und die Rückreihe gearbeitet. Insgesamt fünfmal. Jetzt beginnen wir das zweite Mal. So, wieder bis zu den letzten beiden Maschen rechts strecken. Und die letzten beiden wieder zusammenstricken. Arbeit wenden. Zwei Maschen rechts. Und bis zu den letzten zwei Maschen links strecken. So, wie sieht das denn aus? Das ist Muster Nummer eins. Muster Nummer eins. Wir fangen genauso an mit der Hinreihe, wie wir immer gearbeitet haben. Die Hinreihe bleibt auch immer gleich. Eine rechts, dann die Zunahme, also drei aus einer Masche holen. Rechts bis zu den letzten beiden, die letzten beiden zusammenstricken. Was sich hier ändert beim Muster, bei der Rückreihe, ist denn zwei Maschen rechts stricken. Alles links, letzten beiden werden auch rechts gestrickt. Ja, nächstes Muster. So, wenn wir das Muster also gearbeitet haben, also die Runde eins und zwei viermal wiederholt haben, so wie ich das gesagt hatte. Wir hatten ja jetzt zweimal zusammen gehäkelt. Das heißt, eigenständig müsst ihr noch dreimal wiederholen. Dann geht es weiter mit Muster zwei. Und Muster zwei ist eigentlich das, was wir schon gehäkelt haben. Ups, Entschuldigung. Aber jetzt ist das Klicken auf weg. Also, die Reihe bleibt gleich. Unsere Vorderreihe. Wir nehmen wieder drei aus der zweiten Masche auf. Da. Ab. Und wieder rechts zurück. Rechts bis zu den letzten zwei Maschen. Und jetzt häkeln wir wieder komplett rechts zurück. Und diese zwei Reihen arbeiten wir insgesamt auch fünfmal. Einmal haben wir jetzt. Das heißt, ihr müsst noch viermal wiederholen diesen Mustersatz. Und in der Regel sind das jetzt die zwei Muster, die sich immer nach zehn Reihen abwechseln. Wie gesagt, das hier vorne bleibt gleich die Reihe. Wir machen immer, egal bei welchem Muster. Hier die erste rechts. Eine K, F, B, K. Rechts bis zu den letzten zwei Maschen. Und die letzten zwei Maschen zusammenstricken. So sieht das aus. Man kann das einmal beiseite. Wir gucken nochmal Muster zwei an. Muster zwei. Ja. Reihe drei wiederholen. Das war ja das, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Dann komplett alles rechts zurückstricken. Das ist ja anders als bei Muster eins. Und Musterreihe eins und zwei viermal wiederholen. Ja. Und dann wieder Muster eins häkeln. Ja. Mehr ist das nicht. Also total, total einfach. Und dann kommen wir ja so und wann. Also ich habe das relativ oft wiederholt. Die Mustersätze. Wir können ja mal kurz zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elfmal habe ich es wiederholt. Beim zwölften Mal habe ich ja hier schon aufgegeben. Hier sind es ja schon nur noch eins, zwei, drei Reihen im Muster eins gewesen. Und dann habe ich nur noch kraus rechts gearbeitet. Genau. Jetzt werden wir das Ganze einmal abketten. Und dann häkeln wir weiter. Das Ganze. Wie gesagt, ab hier, das müsst ihr nicht machen. Ihr könnt auch komplett nur in diesem Muster stricken, bis euer Tuch groß genug ist. Oder euer Garn aufgebraucht ist. Tausend Meter sind natürlich auch dolle viel Garn für so ein Stricktuch. Für ein Häkeltuch ist das wieder was anderes. Aber für ein Stricktuch sind tausend Meter schon dolle viel. Ja. Und für alle anderen, die da ja dieses Stricktuch mit mir machen, die müssen jetzt ab einem gewissen Punkt, wo sie Lust und Laune haben. Wie gesagt, ich habe ja jetzt vorgezählt, wie oft ich das Muster. Zehnmal habe ich es wieder... Nee, elfmal habe ich es wiederholt. Und beim zwölften Mal hatte ich keine Lust mehr. Und dann habe ich ein paar Krausrippen gestrickt. Wie viel Krausrippen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. 17 und die 18 ist ja auf der nade habe ich gestrickt das ist die vorderseite das heißt ich beginne hier mit der abnahme ich drücke einmal eine masche recht und die zweite strecke ich auch rechts hier war ich jetzt mal keine zunahmen die mache ich nachher beim häkeln wieder jetzt wirklich einfach mache ich ganz locker ab und das locker ab machen wir deswegen damit wir auch gleich die maschen wieder finden seht ihr das hier sind die maschen jetzt und die brauchen wir gleich zum häkeln und deswegen mache ich das so locker wie möglich damit ich nachher beim häkeln keine probleme habe und meine maschen nicht finde aber ich denke mal das kann man sehr gut erkennen es kann auch sein dass das tuch so eigentlich auch schon eine schöne größe hätte aber ich würde gern wenigstens noch ein bisschen garn verbrauchen von den 1000 metern wie gesagt für komplette stricken wäre es ein dolles großes tuch geworden so große tücher brauche ich persönlich jetzt nicht aber wenn ich da jetzt noch ein bisschen was raus häkle dann geht da auch noch ein bisschen garn drauf und das wird auch noch ein stück größer aber das garn geht eben schneller weg als das tuch größer wird so ich hoffe ihr habt verstanden was ich meine wieder zum thema ich bin kein strikt profi und ich möchte auch kein strikt profi werden was ich hier zeige ist wahrscheinlich auch teilweise verkehrt oder wie auch immer aber so mache ich das und ich habe ja mal gesagt meine videos sind nicht unbedingt anleitung sondern wegweiser und darum brauche ich mich hier nicht zu rechtfertigen wenn ich mal irgendwas verkehrt mache also ihr braucht mir das da unten auch nicht in die kommentare schreiben das hier ist einfach nur um spaß zu haben und ich komme ja denn trotzdem an mein ziel wie ich das möchte ich denke mal ihr habt es gesehen so sieht das jetzt bei mir aus schöne maschen und die brauche ich nachher zum arbeiten mit der häkelnadel genau ich mache einmal bis zum schluss das ganze zu ende alles ist abgekettet wie ihr seht locker abgekettet und jetzt gehen wir da unser muster noch entlang wie gesagt wenn ihr das nicht machen möchtet denn müsst ihr das nicht machen so jetzt wundert euch hier nicht dass das bei mir so aussieht wie es aussieht ich habe leider die maschen aus Versehen fallen lassen bzw gezogen weil es lag hier und ich wollte es mir hochnehmen und dann sind alle maschen gefallen nie so schlimm weil wir machen jetzt eh eine reihe das hier ist ja quasi unsere rückreihe die wir häkeln müssen also bei mir ist es die rückreihe da könnt ihr bei den abmaschen ja auch noch mal gucken ob ihr die vor oder rückreihe nehmt bei mir ist es die rückreihe jetzt wo ich erstmal zurück häkle und zwar in jeder masche erstmal eine feste masche und dann sehe ich hier auch gleich wieder meine maschen ja ich habe es leider nicht so gut retten können wie ich mir das vorgestellt habe aber zum glück waren es bloß drei vier maschen so und jetzt seht ihr das auch wieder wie das lang geht in jede masche eine feste masche häkeln und dann zeige ich euch gleich die zwei reihen die wir häkeln sind nämlich nur zwei die wir die ganze zeit wiederholen so sieht das einmal von hier aus und so sieht das dann von der anderen seite aus ich werde mal ganz schnell die reihe zu ende häkeln und dann fangen wir mit unserer anderen reihe einmal an so So, da kommt meine letzte Masche. Alles zu Ende gehäkelt. Jetzt beginnen wir die nächste Reihe mit drei Luftmaschen und dann wenden wir unsere Arbeit. So, erstes Stäbchen und hier kommt jetzt die erste Zunahme. Wie das vorhin bei diesem Tuch war, nehmen wir auch hier wieder, also wie beim Stricken, nehmen wir auch hier wieder drei Maschen aus einer Masche. Und dann fangen wir gleich mit dem Muster an. Und zwar habe ich mich für ein kompaktes Muster, weil es ja auch ein kompaktes Tuch ist, nicht so luftig, sondern eher ein bisschen fester ist, habe ich mich für ein festeres Muster entschieden. Nicht so luftig. Es ist ja gehegelt, es ist ja trotzdem luftig. Also, wir überspringen eine Masche, machen ein Stäbchen, machen in die nächste Masche auch nochmal ein Stäbchen. Und jetzt holen wir fünfmal durch diese übersprungene Masche den Faden. Faden nehmen, einstechen, Faden holen. Einmal, zwei, drei, vier und jetzt kommt das fünfte Mal. Fünfmal. Fünfmal. Und jetzt nehme ich den Faden und drehe meine Nadel so und ziehe sie durch, alle Maschen durch. So, zwei Stäbchen und hier oben seht ihr richtig schön die Maschen, die nachher bearbeitet werden müssen. Stell scharf, Kamera, bitte scharf stellen hoch. Seht ihr das? Das sind alle unsere Maschen, die nachher bearbeitet werden müssen. So, Muster wiederholen, eine Masche überspringen und zwei einzelne Stäbchen. Eins. Und zwei. Faden nehmen, einstechen, Faden holen. Fünfmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Alles wieder zusammen abmaschen und in die nächste Masche zwei, ein Stäbchen und in die nächste noch ein Stäbchen. Nicht zwei Stäbchen, sondern zwei Stäbchen zwischen den Bobbeln muss das sein. So. Also, wieder eine Bobbel. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Alles zusammen abmaschen und wieder zwei Stäbchen zwischen den Bobbeln machen. Die Masche spüren. Keine Masche überspringen, keine Masche auslassen. Die Bobbelmasche wieder arbeiten. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Zusammen abmaschen. und wieder zwei Stäbchen. So, das Ganze arbeiten wir weiter. Und wieder zwei Stäbchen. So, das machen wir einmal bis zum Schluss, bis zu den letzten zwei Maschen. Und dann sehen wir uns wieder. Also wie gesagt, einfach die zwei Stäbchen und die Bobbelmasche bis zum Schluss wiederholen. Und es ist auch egal, wie wir enden bei den zwei Stäbchen, bei den letzten beiden Maschen. Ich zeige euch gleich, wie es dann weitergeht. Ja, ihr werdet relativ schnell feststellen, dass es ja doch ein Garnfresser ist, dieses Muster, dieses Häkelmuster. Und was auch ultra wichtig ist, das hier mit den Bobbeln ist unsere Hinreihe. Das muss also auf der Vorderseite von eurem Tuch sein. Wenn ihr aufhört zu stricken, dann endet bitte damit, dass die Hinreihe beendet wird. Dann macht ihr die festen Maschen so, dass die Bobbelmasche unsere Vorderreihe ist. Ja, das hatte ich glaube ich vergessen zu sagen, vielleicht habe ich es auch gesagt. Dann habt ihr es jetzt nochmal. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. So, ich ende hier, ich habe bloß noch drei Maschen übrig, das heißt, mein Muster passt hier nicht mehr rein. Deshalb mache ich hier ein Stäbchen. Und diese beiden letzten Maschen häkle ich zusammen. Wie das auch beim Stricken war, die letzten beiden Maschen, haben wir zusammengestrickt. Drei Luftmaschen und das Händertuchwenden. Was ich auch nochmal sagen wollte, wenn das so ein Garnfresser ist, wie das jetzt ist, das Muster, hört nicht zu früh mit Stricken auf, sonst geht das nachher unter. Also macht schon, dass ihr, wenn ich jetzt mal sage, eine 1000 Meter Bobbel habe, wie ich, habt ihr die, dann macht so ungefähr die Hälfte. Dass ihr ungefähr die Hälfte verstrickt habt und ungefähr die Hälfte verhekelt habt, weil dieses Muster frisst unglaublich viel Garn. Und ja, das wird nachher nicht so viel gehäkelt aussehen. Natürlich, wenn ihr ganz wenig gestrickt habt, sieht nachher das gehäkelte Dominante aus. Also das müsst ihr euch so ein bisschen selber einschätzen. Ich komme ständig gegen das Kamerastativ. So, wir haben drei Luftmaschen gemacht. Wenden unsere Arbeit und fangen an zu häkeln. Die drei Luftmaschen, die zählen als Stäbchen für diese erste Masche. Wir gehen also in die zweite Masche, nicht in diese, sondern in die hier und häkeln jetzt. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, man sieht wunderschön jede Masche, weil wir häkeln jetzt in jede Masche ein Stäbchen. Das ist unsere Rückreihe. Da müssen wir nichts abnehmen, nichts zunehmen, wie vorhin beim Stricken. Wir häkeln einfach in jede Masche ein Stäbchen, bis wir wieder am Anfang sind bei unserer Anfangsmasche. Okay, ich häkle einmal bis durch. So, hier kommt meine letzte Masche. Die letzte Masche machen wir in die Luftmaschenkette, die wir gehäkelt haben. Die lassen wir nicht aus, sonst fehlt es uns eine Masche. Drei Luftmaschen. Das ist wieder unser erstes Ersatzstäbchen. Wenden unsere Arbeit. Und häkeln als erstes in die allererste Masche wieder drei Stäbchen. So, wie wir das eben schon gemacht haben. Und jetzt verarbeiten wir wieder unsere Bobbelmasche. Also wiederholen wir wieder alles genauso. Bobbelmasche, zwei Stäbchen, Bobbelmasche, zwei Stäbchen. Bis das Muster wieder nicht aufgeht, dann machen wir restliche Stäbchen. Und die letzten beiden Maschen häkeln wir zusammen, wie es euch gezeigt haben. Dann das Ganze ohne irgendwas zuzunehmen, abzunehmen, mit Stäbchen zurück häkeln und nochmal wiederholen. Das Ganze könnt ihr so lange wiederholen, wie ihr möchtet. Wie es euch Freude macht, wie euer Garn ausreicht. Ich werde auch noch ein bisschen weiter häkeln. Mal gucken. Noch ein bisschen Garn aufbrauchen. Wir nehmen bei jeder Reihe, bei dieser Bobbelreihe, immer nur eine Masche zu. Bei dieser Reihe nehmen wir gar nichts zu. Bei dieser häkeln wir wieder eine Masche dazu. Nur nochmal zum Hinweis, aber das war beim Stricken auch so. Wir haben beim Stricken jeder Reihe auch nur eine Masche zugenommen. Also bei jeder Hin- und Rückreihe eine Masche zugenommen. Genau. Ich habe das Ganze nochmal für euch ein bisschen aufgemalt, damit ihr das euch nochmal verdeutlichen könnt. Also Muster 3. Wir hatten die Reihe mit den festen Maschen. Wie gesagt, die macht ihr nur, wenn ihr mit dem Stricken bei der Rückreihe ankommt. Wenn ihr dann quasi eine Rückreihe stricken müsstet, hier geht ihr eine Reihe feste Maschen, so wie ich das gemacht habe. Ansonsten fangt ihr schon mit der Bobbelreihe an. Und dann geht das immer so weiter. Ja, okay, das hatte ich vergessen. Drei Luftmaschen natürlich und irgendwo war auch noch was. Ach hier, fehlt die 5. Hey, das ist wie so ein Lückentext, ne? Finde die Lücke und schreibe es auf. Genau. Also ihr könnt das so endlos lange wiederholen, wie ihr wollt. Ich würde als Tipp noch hinterhergeben, endet später mit der Bobbelmaschenreihe. Weil die ist ein bisschen schwerer und die Stäbchenreihe, die rollt sich sonst so ein. Darum endet mit der Bobbelmaschenreihe, die rollt sich nicht ein. Genau. Ansonsten, ihr seht ja, Hinreihe, drei Maschen in die erste Masche, zwei Maschen zusammen häkeln und das jeweils nur in der Hinreihe, wo das Muster ist. Genau. Rückreihe einfach gerade durch gehäkelt. Ja, okay, ich denke, denn ist von meiner Seite alles gesagt und das Video ist soweit fertig. Ich hoffe, das hat jetzt mit gedreht. Ich sehe gar nichts. Leute, macht mir jetzt keine Sorgen. Ja, doch, es dreht mit. Ich dachte, ich muss das jetzt nochmal machen. Okay, ihr Lieben, ich fände so schnell das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt Spaß beim Strickeln. Ich finde das irgendwie voll cool. Ich habe auch schon das nächste Strickeltuch angefangen. Yay. Also davon wird es noch mehr geben. Und wie gesagt, wer nicht strickeln möchte, sondern nur stricken möchte, der macht eben nur das Strickertuch. Ja. Und für alle anderen, die nur häkeln wollen, guckt mal auf meinem Kanal. Ich habe ganz, 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 ganz viele Häkeltücher. Ja. Okay, ihr Lieben. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne ein Däumchen, ein Abo und einen Kommentar da. Da freue ich mich drüber. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.